Servus, hallo bei Alpini. Heute bin ich mega gespannt. Der Daniel ist heute hier von Pimp Your Makeup und macht heute den Prinzessinnenlook aus mir schon mal für unsere Secret Fashion Show. Ich bin mega gespannt. Was planst du denn? Lass dich überraschen. Sonst wäre es ja nicht spannend. Dann schaut mal zu, was alles draus wird. Bis später. 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 Bis später.